Herzlich Willkommen und zurück bei Orien the Blind Forest. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ich würde sagen, wir spielen jetzt mal wieder eine schöne weitere Runde mit ihm und ich hoffe, es macht dir wieder Spaß zuzusehen. Ich bin jetzt mal eigentlich gespannt, ob ich jetzt eigentlich überhaupt da jetzt rüberkomme. Ich hatte es mir nämlich mal kurz nach dem Pausenende angeschaut, aber irgendwie habe ich auch noch keine Ahnung, wie man das jetzt eigentlich darüber schafft. Und ja, wenn ich da jetzt nicht rüber schaffe, wo kann man dann, gehe ich denn woanders da weiter und schaffe ich das überhaupt und wie, weiß auch immer. Aber ich denke nämlich nicht, dass ich da rüberkomme, weil ich gerade unbedingt fliegt habe. Also ich denke jetzt, ist keine Ahnung. Und ich habe mich jetzt eigentlich mal ein bisschen gefreut, wenn man da ein bisschen mal eine kleine Hilfestellung vielleicht gekriegt hätte, weil das Spiel jetzt schon funktioniert. Weil da kann ich ja noch, äh, hier und da kann ich ja mich wenigstens noch abstoßen, ne? Weil ich schaffe doch da keine Umdrehung und dann da hin und dann, dann ist ja da noch was und ich habe da keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob man hier wieder zurückgehen kann. Da könnte man dann höchstens so, weil man möchte den ganzen, der ist mal den ganzen Mist, möchte ich nämlich umgehen. Ja, anders da sehe ich da jetzt eigentlich auch keinen Weg dran vorbei. Ich hoffe, dass ich auch wieder rüberkommen will. Ich würde es einfach mal gerade probieren und wenn nicht, dann müssen wir halt doch wieder joh. Naja, ich starte mal jetzt einfach mal. Oh, 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 oh. Ah, okay, geht's noch weiter. Ey, ich habe doch nicht gewusst, dass du da unten stehst. Da bist du mit mehr Vorwarnung, wenn ich bin da. Okay. Nimm mal diese Monster hier. Genau, hier war dieser Gift. Stimmt, da kam sie. Hier kann ich... Da kommt eine Spinne. Gut, dann gucke ich mal ab und zu vielleicht mal auf die Karte, dann gucke ich, dass ich richtig laufe. Aber es ist mal so aus, ne? Ui, ein bisschen noch vorbeigesprungen. Vorbeigesprungen? Oh, ich komme jetzt da wieder hoch. Aber natürlich geht es, es geht alles. Du musst es nur wollen. So, jetzt ist da aber das Ding zu. Ups. Ich wollte doch noch mal gucken. Ach. Ich kann doch hier nie im Leben, komme ich hier lang. Ich habe auch keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie das funktionieren soll. Ich probiere mal was. Oh, ich habe noch gelebt. Ich habe gedacht, ich wäre tot gewesen. Aber hey, ich glaube, meine Idee war gar nicht mehr so schlecht. Okay, nochmal. Ah, das mit dem Springen! Nein, ach, das ist so schwer. Das ist immer mit dieser Leertaste, das ist nicht so mein Freund. Ja, die Leertaste und ich, wir sind keine Dinge. Okay. Ich werde weit, weil sie eine Menge Titan in Anspruch nehmen. Aber ich denke, irgendwie wird das schon wirklich Sinn und irgendwie müssen wir da lang. Ich meine, das sah... Oh, kann ich es mir gar nicht vorstellen. Oh, 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 oh. Nein, das wollte ich nicht! Ah! Ich war jetzt zu Doppel gesprungen, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber auch. Alles nur in der Frage der Technik. Ich glaube, es war jetzt zu weit. Ich habe es wieder zu früh gedrückt. Aber jetzt bin ich da zwar da drüben gewesen, aber ich habe jetzt auch... Dadurch, dass ich da drüben war, habe ich gleichzeitig geguckt, wie es da weiterging. Aber ich... So einen genauen Ansatzpunkt habe ich jetzt auch nicht gesehen, wie ich da jetzt wieder weiterkomme. Ey, das kann doch nie im Leben sein, der nicht da langt muss. Ich muss da das Wasser zurückgehen. Ziel nicht so. Es ist schön und gut, dass ich jetzt hier rumrenne. Aber es kann mir doch mal angezeigt werden, wo es zu finden ist. Okay, da unten war ich halt noch nicht. Frage. Cool. Danke. Wenn ich jetzt hier nicht mehr weiterkomme, ich probiere es jetzt vielleicht noch zwei, drei Mal. Und wenn ich jetzt weiterkomme, dann gucke ich, ob ich da irgendwie weiterkomme. Weil das ist mir dann ja... Das lehnt ja nur unnötig auf dann, ne? Also, man kann nicht da durchlaufen. Okay, das war jetzt ein bisschen dumm von mir. Ja, ich gehe mal den anderen Weg. Ich glaube, da lebe ich auch viel ruhiger. Ja. War das schön und gut hier mit, oder neun? Äh, da, 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 okay. Neun. Technik. Oh, oh, falscher Weg, falscher Weg. Ich springe mal zu spät hoch. Na, ich hab was. Ich bin sehr optimisch deswegen. So. Ich springe schon mal hier. Das kann mir keiner nehmen. Das müssen wir halt einfach nur schauen. Halt, hier gedrückt. Okay, und wir verschieben. Ja gut, was soll ich jetzt mit dem... Schieben. Wo soll ich denn schieben? Ah, okay. Ich hoffe, der bleibt jetzt mal kurz da stehen, weil ich wollte noch was anderes schauen. Ich fülle mir gerade hier noch schnell die Punkte. Ach. Geht's nicht weiter. Gut. Schön, ja. So. Dann bräuchte ich ja rein, die würde ich das nur so verschieben. Aha. Ja, super. Jetzt seh ich was, was ich... Oh, ich könnte ja jetzt noch ein bisschen weiter nach vorne schieben und dann könnte ich ja nochmal da hochklippen. Meine Information. Oh, das ist da jetzt eine Trappe. Ich glaub, ich hab's mir jetzt unten nicht mehr gemacht. Nein! Ach Gott. Jetzt hab ich's. Ach so, da ist so ein Ding. Ich hab's noch schlau gemacht. Ich brauch' ich mehr Punkte. Schön, sehr schön. Oh, 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 oh. Ah. Ah, jetzt bin ich wieder hier, ne? Jetzt kann ich ja nochmal hinrufen. Ah, das wird schon. Schaff' mal. Ich hab's einfach mal ein paar Minuten sparen. Ah, wo krieg ich die einfach. Ich sag' ich mal kurz zur Hochlau. Den Tieren kriegt man ja auch. Alles. weiter ich habe ein bisschen ja ich sammeln sich könnte ich das eigentlich schaffen oder ich habe gerade mal kurz eine pause ich habe jetzt einfach mal einen punkt setzen den speicherpunkt sehen wir wie es mit mir weitergeht oh da oben sind ja auch noch so woher denn das ist na super ich werde doch nicht rinspringen ich will mal gescheit abwarten ich schicke mich hinten einfach haha jetzt guckst du blöd dann muss ich das irgendwie so schaffen dann muss ich das irgendwie so schaffen ich muss auf jeden fall mal einen speicherpunkt hier ok es drückt mich zurück es ist da da musste ich mal kurz abklären ja super ich muss das da hinten irgendwie ich spiele mich halt voll verarschen geht doch gar nicht keine punkte wie soll ich denn das tor dann schön aufkriegen ich fühle mich aus dem hut zaubern ich habe keine ahnung wie das jetzt funktionieren soll haben die mal nachgedacht wie das funktionieren soll wenn man da nicht die punkte hat soll ich die mediate zaubern ich möchte die mediate zaubern ja super super wirklich super geile hüfe super ich habe einen Fähigkeitenpunkt achja ich werde nur auf der anderen Seite einlösen nein natürlich nicht die kopf Spieses morgens, wenn ich glaube. Es ist los, es ist los. Oh, jemini. Ach, super. Wieso ist denn das Ding da hinten so lang? Ja, das muss ich mir was einfallen lassen, weil das macht's hier keinen Sinn, weiterzugehen. Da hinten nicht weiter, ich kann da vorne nicht weiter. Keine Ahnung, was das hier ist. Ich finde, wir springen hier. Okay, es ist nichts Schönes, es ist nichts Schönes. Ich schaff das niemals ohne den ständigen Scheinern. Ja, ich schaff das nicht. Sinnlos, da überhaupt weiterzumachen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich dabei gedacht habe, einfach mal machen, wie es da jetzt ist. Weil ich halt nichts ändern, ne? Von daher, wenn ich zu lange mich nicht weiß, wie es da eh weitergeht und ich noch nicht sinnvolle Punkte habe, die ich brauche, werde ich das erstmal jetzt hier kurz im Folgenpäuse machen und wir sehen uns dann halt in der nächsten Folge von Orion the Blind Force. Trotzdem vielen Dank für's Zuschauen und bis dahin mit der wunderschönen Lösung.